hallo meine lieben zocker da draußen an den monitoren und handys ich habe ja schon ewig nie mehr blooms gespielt und da habe ich richtig mal wieder bock drauf deswegen möchte mit euch eine runde blooms zocken und da habe ich mir gedacht ich mach mal so ein eigenes ding so eine art challenge oder so ein experiment aber erst mal kommt hier die kohle dran ne gibt ja auch kein geld mehr oh was sehe ich das ist ja klasse ja den mag ich leiden so was gibt es hier was neues habe ich schon geholt da soll ich 500 bleibplätze lassen machen wir demnächst und zwei was von 20.000 blooms mit wütende eicher entgegen nö das mache ich nicht muss ich auch nicht so mitnehmen werde ich oder habe ich auch schon hier guck mal hier die pioniere weil die sind ganz ganz stark und dann gehen wir mal rein dann gehen wir mal so was nehmen wir denn akku mal da könnte ich einen bosskampf machen aber mach ich demnächst meine schöne strecke aussuchen ich weiß schon eine schöne strecke wo ich frei firma das nicht nie zwischendüfter soll es aber werden und immer wieder blut habe ich auch erst nämlich auch nicht was das hier nun kreise ja das bietet sich an wir nehmen die blumen kreise und machen das auf 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 schwer machen wir das und ja und platzbauer doch nicht immer mutig ich mache und platz bei bin ganz mutig oha oha sind sie alle stärker das wissen wir ja so aber ich setze jetzt gleich zu anfang schon mal den hier ein und sind schön abend pionier du kommst du gleich da vorne hin und dann kriegst du auch gleich schon mal deine wachkanone und ich bin noch mutiger da gibt es die kanone dazu die ganz ganz vielen kanonen weil die sind ja viel viel stärker und dann wollen wir loslegen ich kann noch ein bisschen über ich sehe die kanon noch gar nicht die müssen aber auch gleich kommen ah jetzt jetzt sind sie da das ist gut das ist gut gucke mal ich habe hier ein super auf gekriegt aber den will ich jetzt noch nicht vergoiden wir nehmen dazu zu diesen was mich überlegen was am günstigsten am besten ist äh ich werde dann mit den zauberaffen arbeiten ja mit den zauberern genau und weiter geht's stürmer auf stärksten so da kann ich noch nichts machen äh jetzt kriegt er schon mal seine magie und mehr kriegt er nicht ich denke noch geld habt dann geht das gleich zu den zweiten hier und guck mal ich habe so viele umsonst das ist schick ne so was kann ich jetzt hier noch schönes machen riesennägel wir machen das die riesennägel den habe ich den möchte ich schon erweitern aber wir lassen noch mal zwei zwei runden guck mal sieben und das ist gut das ist sehr gut ich muss bloß aufpassen ja das ist mir alles ein bisschen zu unsicher und deswegen warten wir noch ein klein bisschen ab und dann habe ich diesen reinigungsschaum der ist mir sehr wichtig so das ist gut weiter geht's da habe ich den ja und hier unten hier setze ich noch mal eine nagelfabrik hin nur zur sicherheit weiter geht's so gleich bin ich soweit dass ich hier schon mal was machen kann ich warte ich warte ab ich warte ab ich habe geduld ich warte ab weil ich den blitz haben möchte und dann muss ich ein bisschen ab so dann bin ich schon mal ein bisschen auf der sicheren seite und kann mich denn anschließend so mal um die nagelfabrik so ein bisschen kümmern das werden wir nicht als nächstes machen gut dann kriegst du schon mal den großen haufen hier und ich habe ja vor mit den beiden also mit den dreien nur zu arbeiten ein dorf kommt allerdings auch noch dazu und palmen ja palmen muss ich wohl auch nehmen hm damit ich nachher ordentlich Bananen kriege wir gucken mal guck mal eine palme könnte ich schon ja werde ich das oder werde ich das nicht ich nehme erstmal eine palme besser benimmt sie rechtzeitig die palmen und dann nehme ich mir auch noch so ein gehilfen hier warte wo bist du hier da habe ich ja genug von so nee du kannst ruhig stärkster werden und los geht's hier ähm noch ein sehen dass ich noch ein paar Dinges hier kriege ey was hab ich denn jetzt guck mal sowas dusseliges ne ah das war echt dusselig der sollte doch hier hin so gut das ist schon mal das hier jetzt muss ich aber aufpassen jetzt kann ich mir nichts mehr erlauben erstmal ich könnte noch Feuer nehmen oh boah will ich das nee da erstmal hier mehr Bananen gut dann ist das jetzt nichts mit Feuer aber pass mal auf hier wir machen gleich hier noch ein paar Ballerdinger hin so eine Wachkanone die nächsten Wachkanonen kriegt er auch schon bei der riesen Dingsbumsen gut Reinigungsschaum so dann bin ich da erstmal soweit abgesichert das ist ja auch im größeren Servicebereich nee brauchen wir nicht brauchen wir nicht wir werden uns auf die nächste Palme vorbereiten kommt hier hin und dann geht das erstmal weiter dann gucken wir erstmal ja so und hier kommt schon mal mein dritter hin dritter Affenlehrling so Magie Feuer Kugel und Affensinn das ist ein Affensinn warte mal habt ihr denn euren Affensinn noch gar nicht freu guck mal hier das ist wohl Schütt nee das müssen wir ja auch haben so es war der Blitzschlag und denn und denn 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 nee bis zur Palme dauert das ja noch ein bisschen die haben wir aber jetzt und mehr als drei Palmes brauche ich auch nicht denke ich mal so ähm so wo sind wir 29 aha jetzt muss ich mir auch zwischen schon was einfallen lassen demnächst was ist hier heiße Nägel ja heiße Nägel sind ja immer gut eine schnellere Produktion auch so jetzt muss ich aber hier sehen dass ich hier weiter mache äh kann ich jetzt gleich den ersten nee ach das ist aber so teuer Mann das ist alles so teuer da kann ich im Moment ja gar nichts machen habe ich hier noch irgendwas größeres Service ja warum nicht machen wir doch glatt aber jetzt werde ich die mal bisschen auf auf pimpen genau auf pimpen ja gut jetzt fehlt mir jetzt habe ich's endlich endlich kommt da alles rein ja kommt rein so ich habe mich zwar fast nackt gemacht obo oh Schilligol nee Affenfestung zuerst jetzt das Feuer so und dann mal gucken da geht noch nix aber jetzt jetzt geht gleich jawohl muss ich ich muss ja Geld haben ich brauche ja Geld Leute so hier geht's auch weiter die Dschungeltrommeln und wieder Kohle ordentlich Kohle ja halt stopp so soweit sind wir nun auch schon dann kümmere ich mich hier unten um das Dingens hier um die Nagelfabrik so wunderbar und noch mal ein bisschen dass sie noch schneller sind ja herrlich herrlich äh warte mal da sind die drei das reicht mir nachher und dann die Kanonen nicht ich wollte ja sagen nur mit Lehrling und mit Pioniers wir nehmen noch ein Pionier wir nehmen noch ein Pionieren Pionieren natürlich ich schon wieder mal typisch ne so jetzt haben wir die schnellen das und das warte mal warte mal ganz schnell gut so das haben wir auch äh ja auch hier geht das noch nicht der ist so sau teuer hier guck dir das ein bisschen billiger ist er geworden aber auch was heißt ein bisschen du hast gar nichts ich bin es in eins schon mal her denn jetzt habe ich ihn das ist gut so das hier hat das gerne kostet 2,4 nehmen wir aber erstmal ist egal ob das nur 2,4 kostet oder in china für den kreis um hier pass mal auf hier da kommt noch ein Pionier hin mhm stärkster natürlich Wachkanone schnellere Pioniere Schaum ganz schnell riesen riesen Dingsbumse da und größeren Servicebereich jawollo so ich wollte ja sowieso einnehmen ist ja klar na wo wo hast denn noch Platz oh oh blauer Schaum na jetzt endlich wunderbar wunderbar oh man 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 so super du bist stärkster und nun geht das hier weiter ja kann ich dich jetzt schon nicht auch wieder so teuer warum seid ihr alle so teuer sag mal oh jetzt habe ich aber hier ach da fehlt noch der Blitzschlag naja und hast du einen Blitzschlag jo haste na gut was ist hier jetzt ah guck mal die Republik die Republik und hier haben wir auch noch eine Republik wunderbar und wie das aussieht habe ich hier die Feuerkunde Affensinn hatte ich noch gar nicht da ist noch eine Republik so die Republiken sind fällig ja die ist dann nur zur Absicherung da unten ne und jetzt jetzt pass auf jetzt geht das hier los und die erste Blumenfalle ne ob ich das noch ordentlich reinkommt ne und der Schaum der 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 stört da ne aber jetzt jetzt habe ich Geld so ein bürschen haha naja besser als gar nix ne wie siehst du aus noch gar nicht gut wie siehst du aus wie immer haha mit den dicken Brille sieh auch wie eine Taucherbrille ne haha Atem des Drachen habe ich schon mal das ist gut gut und weiter gehts oh jetzt kommt der erste schon oh warte ist da Geld drin auch so ein bisschen immer immer so ein Pipi Kram ist ja nicht viel Atem des Drachen nochmal na nun komm mal ordentlich Geld hier oh die sind so man das ist so billig bei euch da oben mach doch nicht umsonst die Blumenfalle Blumenfalle und warte mal geht das noch nö geht nicht mehr macht nisch zwei Blumenfalle haben wir ja immerhin schon ne oooh oh die ist steht aber ungünstig da oben wenn sie da wäre wäre ja viel besser da geht ja kaum was rein ah das ist gut ja ja immer ordentlich komm komm Blumen siehst ich brauch Kohle ne das geht auch noch nicht was geht jetzt hier endlich habe ich Plasma das ist gut ich will nämlich auf den Sonnengurt hinarbeiten hier kann schon mal die nächste Blumenfalle hin du kriegst auch noch ne Blumenfalle was denkst du so wir haben so viel fallen oh ich muss sie auch rechtzeitig ausleeren ne äh der ist natürlich ne Strinne klar äh den ersten Phönix wunderbar wunderbar ja den lassen wir gleich mal los so einfach nur so weil ich es kann oh der ist der kommt doch gerade zur Zeit Geld oh das hat lieber gelohnt eben habt ihr das gesehen das hat sich sowas von gelohnt so und hier kann ich glaube ich noch einen Phönix wunderbar mit drei Phönixen komme ich auch aus so wir lassen mal zwei laufen zwei fliegen ist da Geld drinne ne die Phönixen haben mein Geld geklaut haha auch ihr seid ja so mies ihr Phönixe ich lass euch jetzt nicht fliegen klaut ihr mir wieder Geld warte da ist auch was drinne da ist nix da ist nix da ist nix nee aber wir haben das erste Forschungszentrum jawoll das ist gut ach das sieht dann noch so leer aus wisst ihr was da knall ich gleich noch so ein Pionier rein jawohl Reinigungsschaum pipapo gut und weil ich das Geld hab kommt hier noch ein Pionier rein Pionier finde ich so schick die sind gute Jungs wir leisten gute Arbeit Fachkanone schneller Pionier Reinigungsschaum Riesennägel und den größeren Servicebereich jawohl Lundsfalle gleich eine Lundsfalle oh ich hab die vergessen auszuleeren so nee da muss noch ein bisschen was da muss noch ein bisschen was da muss noch ein bisschen was da kommen alle in den Fallen rein oh man nix mit Falle was ist denn hier kann ich da irgendwas ja wohl dann kann ich nämlich das geht ganz schnell ich lass jetzt keine laufen hey wo ist der Finger ach so ich brauch noch Kohle ja und da nee ist nix mit Kohle und sowieso nee da kommt keine Kohle und aber nun habe ich wahrscheinlich nee noch nicht aber gleich dann machen wir das erstmal so nehmen wir erstes Energiefeuer rein da jawoll haha und immerhin was habe ich 56 guck mal ich achte schon gar nicht mehr auf die Runden nee das ist nachher da kommt bestimmt nachher so ein komischer schwatter Vogel so ein Zomp Zomp oder wie heißt der? ist ja egal ne ihr wisst schon den grünen großen da den ja den Zeppelin da äh warte mal was ist jetzt hier jetzt kann ich das ist wunderbar schon die nächste Forschungsfabrik Forschungslabor so nun mal rein hier hier oben wo ist meine Hand Hilfe meine Hand da aha rein da ordentlich Leute ihr sollt da oben rein rechts oben nix wieder leer Teil und Plan sind Plan ne Quatsch Teil Oma Blei und Tarnblut nun habe ich das endlich Mensch Meier Bananenforschung gut langs Leben in der Aufläufe wird wenn schon denn schon guck mal hier wollte ich was machen weil das geht ja noch nicht ne gut ja da oben immer schön rein auch wenn ich meine Hand nicht sehe und da noch rein da auch rein und und wo noch rein nirgends mehr rein das geht mich alles go nicht mehr und was haben wir jetzt hier ja jetzt habe ich den gotter sonne wunderbar 51 ich habe ja auch alles ne immer mal weiter und ich lass noch ein paar fliegen nur so weil ich es kann ja 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 wo ist mein finger geht geht ihr schön rein hier aber ihr feinde steht verkehrt wo wirst du es machen langlebige wertvolle was ist das hier langlebig und den anderen Tüdel chrome so und nun geht er weiter hier ich lass mal wieder die phoenixe los und Geld sammeln nu nu rein da willst du wo reingehen ist doch verkehrt und der Tügel immer zu früh ne jetzt ja immerhin ne hat ja ein bisschen was gegeben bestimmt hat das ja kann ich hier irgendwas machen ja klar und hier ist auch immer was gut aber ich geb mich ja nicht mit ein zufrieden guck mal dann nehmen wir gleich den nächstes Geld haben wir das haben wir so mein Freund stärkt das ja wohl logisch was mach ich denn aus dir muckigen das dauert noch ein bisschen aber ist nicht schlimm ja ich glaub ich bleib gleich mit meiner Hand hier drauf ja immer rein hier in ne gute Stube nun muck schon ja das ist hat sich gelohnt hat sich gelohnt hat sich gelohnt warte mal hat sich das denn so sehr gelohnt hat es Mr. Terror komm schön so eigentlich hätte ich noch Bock auf ein paar auf ein paar Zauberlehrlinge wenn die schon so da stehen ne kann ich die auch nehmen und jemanden auch benutzen nicht so am stärksten und denn mal sehen was du alles chris Draken und Phönix chrisse sogar schon kicken wir an du du noch nicht du chris noch nicht alles hier das kannst du schon mal haben und dann ist erstmal Schluss mein Freund wo ist mein Finger da ich hab doch gesehen dass es viel Kohle gab Mensch was machen wir denn nun mit dir den Arte und den Phönix nur hab ich auch genug nur ist auch Schluss mit ne Phönix und Schluss mit ne Zauberers so muss ich erstmal aufpassen dass sie hier oben alle da in eine Falle rein kriegen was heißt ich die sollen da rein fliegen na nun mach doch schon Leute die Falle muss voll werden zack 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 na 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 jetzt ist sie voll moooon moine Güte 165 gut und wir lassen mal ein paar paar los einfach mal ein paar fliegen lassen hier wie sich das anhört ne einmal paar fliegen lassen naja hehehe 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 ach ja hm guck mal der steht da so alleine ne das geht doch gar nicht guck mal wir ey du Christgesellschaft du sollst nicht so alleine sein Christgesellschaft den Schaum die Falle und alles pipapo Christe so und nun geht's weiter kann die auch noch gar nicht verkaufen immer rein immer rein in eine gute Stube sag ich doch so auch ich möchte mal wieder paar Phoenixe hier fliegen das sieht so schick aus immer wenn die da rumdüsen ne kommen wir trotzdem aus der Falle der Blumenfalle genug immer schön rein hier und da oben oh was die an Geld geben ne der nackte Wornsinn habe ich hier alles habe ich hier alles habe ich hier alles jawoll da unten da brauche ich das nicht der nackte Wornsinn ich glaube es lang sogar ähm ja runde 70 das ist ja gut nur sieht man zu hier man Leute ich bin nach Hause so jetzt ach ja ich bin zu Hause hihi nach Hause ja das wissen die Blumenfalle ne 1 2 3 4 5 uuuh und zack rein ja ach die sind so toll die Fallen man wie gut dass ich die aufgestellt habe ja was muss ich denn nun noch eigentlich brauchen wir gar nichts mehr machen das müsste so klappen das klappt auch so Leute immer schön rein hier die Fallen müssen leer werden so rein hier na wirst du wohl gut aber weil das nun so langweilig ist doch noch mal ein paar Vögel umfliegen hier auch Phönix ja was da oben na 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 da ist nix da ist auch nix drin kann ja auch ohne so 1 2 3 und kommt mal schon hier rein damit ich wieder ausleeren kann die Dinger es müssen leer werden jo immer rein hier doch wunderbar da ist es gut what so ich lass mal wieder paar Phönix fliegen rein da ist die Kohle brauche ich gar nicht mehr aber euch will ich haben euch will ich haben es geht mir jetzt gar nicht mehr um das Geld schiebt das Geld nix mehr wie die Dollars so Bananen kriegt doch genug und das wird der denn umgewandelt in die komischen Dollars da nö hier kommt mir keiner durch sag ich euch gleich und rein ja schön wo willst du wieso willst du da nicht rein nein ah der nicht ich zwinge doch keinen warte mal ich lass noch mal ein paar phönixe gleich fliegen ja nur ich darf sie nicht so auffliegen lassen sonst wird das mit den Fallen ja nix ne die sollen ja in eine Fallen rein so schön rein hier nee nicht nur in Schaum rein in meine Fallen habe ich gesagt mach doch noch gut und nächste und dann wieder die 5 osoby jetzt hier loslassen und schön win wunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunder immer schön in mein eine Fallen rein hier o o o o o blatten ane na wird sie jetzt mal in die wierla ja und shredded schick sehr schick kohle ohne Ende leude Aber die Beide, das sieht so doof aus, nur die Beiden, ne? Und weil das so doof aussieht, kommt dann auch ein Driller rein. So. Du siehst so toll aus, du Superaffe. Gläserschrein kriegst du, Plasma kriegst du. Sollst du Gott werden? Nee, sollst du nicht. Reichweite, Ruhe, Affe und du wirst Mr. Terror. Genau, na, wenn das nur nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Und wir haben noch 70 und wir machen erstmal die Beiden. Und die Falle leer. Wo ist mein Finger? Hallo? Die Hand. Die sehe ich immer gar nicht, die Hand. So. So ein Mist aber auch. So, ich lass mal schnell ein paar von denen da los. Und schön fallen leeren. Rein damit. Gebt mir jetzt auch gar nicht mehr um die Kohle. Guck mal, wie viel Geld ich hab. Leute, Leute, Leute. Das ist ja so toll. Warte mal, jetzt die und die Vögel. Und jetzt erstmal hier. Geh erstmal Kohle sammeln. Da oben geht keiner rein, ne? Das mögen die nicht so gerne. Na, euch ist wohl der Schaumelnweg, wa? Ja. Macht nichts, wenn die leer sind. So, wir haben jetzt Runde 82. Und ich denke mal, ich verkaufe die schon mal allmählich. Na, tschüss. Tschüss. Oh, so. Und zur Krünung, zum Abschluss, mache ich hier noch so ein Hubschrapp-Schrapp. Geld habe ich ja genug. Und jetzt machen wir den Hubschrapp-Schrapp-Schrapp den Apatschen. Apatschen. So. Nee, verfolgen soll er. Und dann sieht das doch mal schon sehr gut aus, ne? Und er verfolgt die. Man kriegt die Fallens von nichts mehr. Ja, boah, so ist es. Nö, dann bleibt die eben leer. Auch die sowieso nicht mehr. Ja, ihr habt Angst, dass ich jetzt ausgedient, ihr Lieben fallen. Das schafft er schon. Ja, also alleine schafft er auch nicht, das weiß ich ja. So, die nächste Falle, da auch, da auch, da auch, da auch. Oh, die letzte Runde, Leute, die letzte Runde. Habt ihr alles im Griff? Gut. Denn jetzt bei der letzten kommt nicht der Schwarze. Alle, alle fliegen, alle sonst fliegen. So, und die fallen, die fallen. Die ist schon fertig. Sie ist wohl schön, oh, Happy Dad. Das habe ich gewusst, dass ich das schaffen würde. Auch bei der guten Bande da, die ich da hatte. Die sticken Pioniere mit ihren roten Kanonen. Kanonen-Star. Das konnte ja gar nicht schief gehen, ne? So, ihr Lieben. Ich bedanke mich dann mal wieder fürs Zugucken. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Blumen spielen. Eure Umi Loh. Tschüss.